Viele sagen, dass sie für die Rente und für ihre Altersversorgung vorsorgen sollen. Jetzt haben sie das gemacht und ihre Investitionen gehen den Bach runter. Sie haben es ja wahrscheinlich erlebt, dass ständig irgendwo die Kurse fallen und sie wahrscheinlich auch nicht ganz zufrieden sein können mit dem, was passiert ist. Mein Name ist Markus Rohnau, ich bin Chefredakteur des Renditebriefs und in den letzten Monaten haben wir 141 Trades gemacht und haben eine Erfolgsquote von 98 Prozent. Das ist natürlich ganz was anderes, damit haben sie beständiges Einkommen und im Renditebrief 2.0 zeige ich ihnen, wie das geht, wie sie das erreichen können. Dafür haben wir ein kostenloses Webinar vorbereitet, an dem sie gerne teilnehmen dürfen. Der Link ist dann in der Beschreibung unten drunter.